Psst. 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 Ja, da habe ich. Psst. Es müssten nicht welche runterspringen. Es gibt keine Psst. Wir werden ihn sehen. Ach, 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 ach. Das ist ein Fisch. Super. Mach, mach. Da ist ja noch ein Jedi. hmmm Jedi und Zephalten zusammen gegen mich Wann bin ich eine Bedrohung? Lass herunter! Es geht kein Willkommen an! Lass herunter! Was ist denn denn da? Hinterst! Also nicht mehr! Wie gut bist du denn wirklich? Hinterst! 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 Nö Ah.... Ah! Ah, 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 stop! Ah, 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 ah Vielen Dank. Jetzt hier rüber. Macht mal ruhig weiter. Ignoriert mich. Sie sind doch ein Single. So. Kann ich hier runter. Jetzt haben wir uns seit langem wieder ein Wiedersehen mit Sturmtruppen. Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Ich bin ein Ding. Oh nein, nicht so. Ergeben Sie sich. Weit kommst du nicht. Verdammt. Verdammt. Ah, der macht automatisch diese Rolle. Das ist ein Schlag von hinten. Aber drehen. So gewinnst nicht. Ich will dir nicht wehtun. Ich dir aber. Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Ich will dir nicht wehtun. Verinnern Sie, dass Tavio Baccarat noch überstehen lässt. Jetzt haben wir die Jedis hinter uns gelassen. Schnell, dass Tavio Baccarat noch überstehen lässt. Ah. Stopp. Okay. Ah. 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 Ah, es kommt noch zwei. Aber die schwimmen lieber. Ah. So. Tavio. Da steht. Das Makaragnos Statue. Eigentlich ist eine sehr großes Grab. Ein Grab, was in jedem Spiel anders aussieht. Und auf geht's. Ich spüre die dunkle Seite in dir. Willst du Zeuge der Auferstehung werden? Nein, ich will dich töten, da mein alter Meister das versäumt hat. Wenn Ragnos aufersteht, wird er die Jedi auslöschen und wir können ihm als Herrscher der Galaxis dienen. Ich diene niemandem mehr. Ich will das Zepter und seine Macht für mich. Gib es mir! Dummer Schüler! Dein Tod wird mir eine Freude sein! Mundi! Katanz Schüler, ha! Jetzt ist das Zepter... Ah, die hat das Zepter doch. Wollte ich gerade sagen, das Zepter, wie ist denn das? Ha! 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 Ich weiß, dass du hier bist. Ha! 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 Ich glaube, ich merkt schon selber. Mit Stavion. Eigentlich leicht. Ich muss mir besser, den Ich verliere nicht. Ich muss immer mal genug gemacht haben um zu springen. Ja, ich muss immer wiederholen. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Na! Und ich, man hört schon, dass es gleich vorbei ist, aber auf der dunklen Seite hat man ja einen zweiten Gegner, also einen anderen als auf der guten. Sie wisst es sich ja schon, also der zweite fällt dann immer anders aus. Aber sie wird aggressiv. Das heißt, die anderen noch wenig gab's. Ich verliere nichts. Na, hat nicht mehr viel. So viel hat sie gar nicht mehr. Müssten wir jetzt schaffen. Ich fand sie auf Jedi viel schwerer. Also auf mittlerer Stufe. Was ist da noch hier dahinter? Sie benutzt keine Mächte. Aber... Na. Das ist doch nicht so gut ohne Licht werden. Vielleicht sonst die Dinger nicht abwehren kann. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich kann mich gar nicht erinnern. Oh. Oh. Und stell dich nicht. Okay. Okay. Mhm. 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 Was ist jetzt... Lädt er jetzt nicht. Hallo. Scheine Sache. Aber hier ist nun alle zwei. Sie schauen auf. Das war das Às prices succeeding. Aber da auf eine große Herausforderung.